Roboterassistenten im Alltag. Sie stärken die Selbstständigkeit und erhöhen das Wohlbefinden. In der Pflege entlasten sie Pflegefachpersonen und Angehörige. Fürsorge und Empathie dürfen jedoch nicht fehlen. Wie werden Roboter nahtlos in unseren Alltag integriert? Wie gelingt uns die Digitalisierung mit ethischem Augenmaß? Miteinander durch Innovation. Die Veranstaltung Teil 1. Ich, Zukunft und Robotik. Jetzt anmelden.